Wir haben den Abspann lange durchlaufen lassen, das muss man zum einen, sieht man mal, wie viele Menschen beteiligt sind an der Herstellung eines Animationsfilmes. Man denkt, das ist relativ leicht, aber es ist ein sehr komplizierter Prozess, der Jahre dauert. Und dann ganz zum Schluss sieht man natürlich auch all die Namen, die wir in Deutschland brauchen, damit es auch eine deutsche Synchronisation gibt. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges bei diesem Film. So, dann ist es mir ein großes Vergnügen, Jesse auf die Bühne zu bitten, Karin C. Tietze bitte. Wir beginnen mit dem Mädchenspielzeug, Ken. Christian, es tut mir leid, ich konnte nicht anders. Christian Tramitz. Der wahrscheinlich witzigste Dinosaurier der Geschichte, gesprochen von Rick Cavanaughn, also Rex. Und last but not least, Cowboys sind nicht aus der Mode gekommen, im Gegenteil, hochaktuell. Michael Bulli-Herbik, bitte. Ich bin ein sehr einsamer Job. Also man steht da und dann wird man auch mal vergessen. Das Schöne daran war aber, dass wir zu dritt natürlich auch in 3D synchronisiert haben. Also wir haben das vorher auch noch nie gemacht. Worte, dass wir das in 3D, das ist ganz witzig eigentlich. Nee, nee, also das hat man jetzt irgendwie, hat man was mit der Anlage hier anscheinend nicht gestimmt, weil wir haben uns wahnsinnig Mühe gegeben, in 3D zu sprechen. Also das, was Sie jetzt hören, ist 2D und 3D klingt dann ungefähr so. Ja, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ich muss mal ganz kurz, weil das war so rührend. Da war so ein kleiner Junge mit so einem roten T-Shirt da. Kann der mal kurz kommen? So ein kleiner Junge mit einem roten T-Shirt. Da vorne ist er. Der kam gerade mal. Komm mal kurz. Er kann doch nicht laufen. Er kann doch nicht laufen, dann tragt ihn vor. Warte mal, das war nämlich gerade total süß. Also das, komm mal. Ja. Bitte warten. Magst du kurz zu uns kommen? Bitte warten. Ja. So. Sehr sehr. Ah. So, wie heißt du denn? Bitte? Felix. Felix? Dreh dich mal um, dann können dich die Leute sehen, Felix. Genau. So. Und jetzt sag mal, Felix, was du mir vorhin ins Ohr geflüstert hast. Hm. Ja. Blamier mich jetzt nicht. Das heißt, heißt du? Gute Nacht. Danke. Danke. Danke schön. Danke.